Guten Morgen, hallo zusammen. Ich bin's wieder, die Uta. Wir machen heute Bodyform einen Kurs und ihr könnt, wenn ihr mögt, Gewichte dazu nehmen. Also es müssen keine anderen sein, aber mittlerweile andere passieren, aber nicht zu Hause. Es gibt auch eine gefühlte Flasche oder so. Also wenn wir gleich eine Pause haben, könnt ihr euch was dazu holen. Nicht viele Übungen damit, die gehen auch ohne, aber was da wer mag, könnt ihr einfach mal die dazu nehmen. So, ich glaube, wir gehen einfach mal los, machen uns warm und dann gucken wir mal. So, ich fang mal direkt an zu tippen hier. Sehr schön. Nehmen die Arme mit nach vorne. Nehmen die Arme mit nach hinten, dabei. Beide Arme, bevor. Stehen ruhig und müssen die Arme nach hinten dabei. Beide Richtung. und zieh, 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 sehr gut, dann wir schieben die Arme nach oben, dann fliehen hoch, hoch, strecken euch, noch schön ziehen, zieh, sehr gut, mit beiden Arme, gut hoch, der ist groß, auch hier mal die Erdung nach unten und nach oben, Beine Richtung hoch, auch mehr, sehr gut, von vorne, Arme wechseln nach vorne, schön, beide Arme, auch hier wieder und dann fliehen, super. Und die Arme gehen wieder in Wechseln nach oben, hoch, 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 super. Beide Arme, schön hoch, tief, hoch, tief, yes. Große Bewegung hier, sieben, sieben, das ist schön. So, jetzt zieh mal die Arme wechseln für die Seite, hier, nach oben. Beide Arme, vier noch. Ab hier, nehmen wir mal beide Arme, ziehen hoch, hoch, hoch. Gehen hoch, vier noch, so richtig schön in die Ecke, und nach unten mit Kraft. Prima, weiter runter, nach eins, nur ein, acht. Und noch eine Runde bei der Arme, ziehen. Beide Arme, ziehen, 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 ziehen. Zieh den Bauchnabel fest ein. Ein, noch vier, drei, zwei, beide Arme nach hinten, wir ziehen, rücken, 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 rücken. Prima, nach hinten, schön, lieber hinten ziehen, hinten, hinten, ja. Ein, noch eins, noch eins. Schön in den Rücken, ja, mehr, vier, drei, zwei, drei. Letzte und weitere, umrücken, rücken, öffnen die Brust bei. Rücken, schön nach hinten ziehen. So, jetzt zieht man den Wechsel hier auf den Knien hoch. Dann legen wir ihn wieder nach oben, in der Mitte. Und jetzt zieht man hier den Wechsel zum Knien. Mit Kraft, ziehen, ziehen, ziehen. Tief. Genau. Nehmt ihr die anderen auf den Knien hoch. Hier, zacken, zacken. Schön. Noch vier. Drei. Zwei. Zieht bei jeder Seite dreimal aus. Zwei. 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 Ein whatever wechseln. Zieh, zieh, z Wacken. Zieh, vielleicht ein e switches. Nach hinten. So, jetzt öffnen wir nochmal schön den Körper, dann zieht er wieder nach hinten. Wir versuchen beide Arten nach hinten zu bringen, auch den oben, so ein bisschen nach hinten ziehen. Drei noch, zwei, jede Seite drei Mal, ziehen, ziehen, ziehen. Vier, zwei, drei, streikt bei euch, drei, Arme locker und sitz. Super. Ich hoffe, ihr werdet zu lange machen. So, wir bleiben im Tag und drücken nochmal die Arten ein bisschen zu drehen. Noch mal, dreht. Dreht euch. Gehen in der Körpermitte. Dreh, dreh. Noch vier Mal. Dreimal. Zwei. Haltet meine Seite, haltet die Füße und zieht. Zieht, zieht. So aufdrehen, hüpft jetzt ganz ruhig. Andere Seite genauso. Zieht, zieht. Super. Vier, drei, zwei, eins. Beine. Bitte öffnen, öffnen, öffnen. Ja, das ist unser Bauch. Öffnen, zusammen. Öffnen, zusammen. Zieht den Bauch fest. Raus. Raus. Klasse. Schön wir den Bauch festmachen. Und raus. 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 Schön. Noch vier. Drei. Zwei. Halt mal oben. Häng deinen Hinterkopf und zieht. Ziehen. Jetzt ganz ruhig über den Bauch. Ziehen. Ziehen. Super. Die letzte vier. Drei. Zwei. Locker. Locker. Oh, was wir laufen gerade gerade. Sehr gut. Lockerfarm. Halt nochmal so ein bisschen die Schultern. Nehmt die Ellenbogen nochmal ein bisschen mitten. Super. Nehmt nochmal die ganzen Arme so ein bisschen mitten. Perfekt. Zwei. Zwei. Halt nochmal locker. Prima. Wir öffnen die Beine. Wir werden langsamer. Wir schieben uns ein bisschen. Über die Seiten. Super. Schön seiglich. Achtung auf eure Knie. Nachricht das Knie über die Schulspitze schieben. Nach vier. Drei. Beine. Und wir bleiben in der Mitte. Wir rollen hoch. Und gerade. Da ist alles drin. Und gerade. Schöne drücken und machen die Wirbelsäule. Und gerade. Super. Beine. Schön. Und leicht fliegen. Super. End die Arme einfach mal zur Seite. Überhaupt viel Spaß mit dem Oberkörper auch. Wege tief. Mitte. Tief. Besser. Schön zur Seite weg. Achtung zurück außen. Ein bisschen anders hin. Schnell rutschen. Tief. Genau. Genau. Einmal schon die Gruppe nach hinten schieben. Tief. Rüber. 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 Perfekt. Schön auf den Beinen ausarbeitet. Was nicht, wie man hier beugen muss. Schön weggerücken vom Boden. Ziehen wir. Die Seite noch einmal. Wir machen drei kleine Urchen. Wir ziehen. Eins. Zwei. Drei. Dritten. Eins. Zwei. Dritten. Schöne Gruppe nach hinten. Verküften. Genial. Machem zu der Seite noch kurz weiter. Also ein bisschen glatt hier. Wenn ihr es wieder so leicht geht. Eins. Zwei. Drei. Mitte. Eins. Zwei. Drei. Bitte. Wir ziehen die Arme so ein bisschen nach vorne holen. Und nach hinten. Mitte. Ziehen. Ziehen wir da bitte gar nicht nach oben. Nur wenn ihr nicht mehr könnt, aber das versuch mal mit mir durchhalten. Durch zu halten. Noch vier. Schön. Drei noch. Mitte. Noch drei. Mitte. Plätze. Kommt zu euch. Wir machen wieder ein Wechsel. Wir sind die Mitte. Mitte. Noch vier. Schöne Tupo weit nach hinten. Drei. Zwei. Letzte Runde hier. Wir gehen auf eine Seite. Tupo weit. Und tief. Tupo weit. Kleine Bewegung. Vier. Drei. Zwei. Und klang zurück zur anderen Seite. Tupo weit. Tupo weit. Tupo weit. Vier. Drei. Schön. Zwei. Der letzte. Mitte. Lasst uns mal die Arme hängen. Auch die Matte. Füße ein bisschen ecker. Knie sind gebeucht. Und ihr ältert ganz langsam aus. Und lauft auf uns. Sehr schön. Tupo weit. So. Perfekt. Wir gehen ein bisschen an die Außenseite mit Innenseite. Das werdet ihr wahrscheinlich gewinnen. Ihr sucht euch einen festen Stand. Und dann legt euer Berichtes ein. Und geht hoch. Und hoch. Und hoch. Und hoch. 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 Super. Vier noch. Drei. Zwei. Okay. Wir gehen ein bisschen an die Außenseite. Hoch. Schön fest verstand. Ertüge das Fleischgewicht ein bisschen rein. Nach vier. Drei. Zwei. Veränder die Übung. Guck mal. Andere Seite. Geht weit. Tief. Tief. Nehmt das Zeichel raus. Und tief. Hoch. Und nach hinten. Hoch. Das Wackeln. Das macht nichts. Versuch beginn aufzupacken. Zeich. Tief. Zwei. Tief. Zeich. Tief. Vier. Drei. Zwei. Letzter. Und wir wechseln die Seite. Hoch. Tief. Zeich. Tief. Genau. Das ist im gleichen Weg. Der kommt dann selber, bis sie gucken. Schön. Vier. Drei. Drei. Und wir wechseln noch mal die Seite. Hoch. Wunsch. Schön konzentriert. Endstuhl für diese Seite. Es sind noch acht auf der Seite. Acht. Sieben. Super. Sechs. Halte zurück. 5 4 3 2 1 Lüben, andere Seite Letzten, Wechsel Hoch Ziehen Hoch Sehr schön Die Arme sind irgendwie eher vermessen vom Gleichgewicht ganz klein Acht 7 Schön 6 5 Noch 4 Klasse 3 2 Und der letzte Locker Und wir kommen nochmal in die Position Wechseln das Bein Gehen nach hinten Körper schön trage Beine versetzt Arme gehen nach oben Und wir kommen Die Bank Spannend für den Oberkörper durch die Arme Noch 8 7 6 Die letzten 4 Dann wechseln wir die Seite 3 2 Und mal die Seite wechseln Tief Tief Super Arme sind nochmal stark Körperschlag Bauch ist fest Und hier sind wir Nummer 8 7 6 3 3 2 Letzte Runde Wechsel Blick und vor Rücken Vor Rücken So Rücken Schülp die Außenseiten hier Und vor Rücken Vor Rücken Hoch Ein Hoch Acht Achtmal noch hinten und her 7 Super Noch das letzte Mal hin und her 3 4 4 4 5 Letztes Mal hin und her Seite durch Letzter Perfekt Mitte Aufrollen Locker und schön Immer auf den Rückgangschluck Gut durchschnaufen Sehr schön So Wer jetzt möchte Kann die Gewichte, die ihr habt, dazu nehmen Fetzen links In die Hand Beine fest aufstellen Wir gehen den Arm hoch Tief Hoch Tief Hoch Tief Hoch Tief Hoch Tief So Wir gehen die Beine fest Tief Hoch Tief Hoch Das geht auch ganz ohne Hand drin Ja? Also Ihr braucht die nicht schon recht Nur dass ihr habt zu kriegen Wollt ihr mal ein bisschen mehr die Schulter und Arme Sucht sich irgendwas schweres Und hoch Tief Hoch Tief Super Genauso Tief Tief Hoch Hinschieben Klasse Noch acht Sieben Sechs 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 Viermal anders Hängen die Beine wieder raus Zwei Beine bleiben etwas tief Arme sind oben Und wir drehen nur die Hände oben Rühm Höhen und Hände Drück Tief 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 3, 2, und schieß mal langsam eure Arme nach vorne, jetzt gehen wir tief hoch, wir gehen unten hoch, hier, für die oben Seite, die Arme unten, und hier kommt der Popo wieder weit nach hinten, und die Arme ungefähr auf Stimme verhören, schön mit Kraft, ohne Schwung, und jetzt sind die Arme bewegt, wie gesagt, das Ganze ist auch für den Oberkörper intensiv, und jetzt gehen wir ohne Handtülle, und jetzt gehen wir raus, 3, 2, letztes Mal die Beine, wir waren dann wieder tief, versuchen die Arme noch einmal hochzukriegen, zueinander drehen, und hier mit Kraft beim großen Schütteln, zack, 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 so wie schnell, zack, 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 genau, Arme hoch, Hals ruhig, vier, drei, zwei, locker, lösen, Schultern rein, gehen wir weiter. Stell dich noch mal weiter, kommst du ein bisschen nach vorne, zieh dir Elbowen nach hinten, gehen aufs Trizeps und in die Kniebogen, komm, zieh, hoch. Versuch eure Schulter bitte möglichst heftig zusammen zu ziehen, komm weiter nach hinten, genau, stell dich davor, es ist nicht mehr Schulter, das Wende wohl in den Schrank, zu, hier, nicht rollen den Oberkörper, ruf raus, schön. Noch acht, sieben, sechs, viermal noch, drei, zwei, schön, wir halten aktiv Beine an Pause, nur die Arme, gehen rücken, rücken, rücken. Versuch mal ganz bewusst in der Mitte anzuhalten, nicht hier so schwingen, nur Mitte, rücken, 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 rücken. So her, Punkt ist immer nach unten,ический Fußstutt. Jawohl, wenn du den Bauch mit dem Bauch hast, lieber ein bisschen reißeln wirken. Also, komm ein bisschen durch. Lich jetzt ganz wichtig. Rüttel, Oberarm. Super. Vier noch. Drei. Zwei. Einmal kurz aufwischen. Nochmal locker. Begleit nochmal hier. Letzt runter. Kommt mit mir noch nach hinten. Tief. Andere vier. Geziehe die Arme vorbei. Vorbei. Schütteln. So, wir arbeiten unter den Rücken. Und um die Beine zu mir reinzukriegen, nehmen wir mal den linken Fuß. Haltet hier, setzt den linken Fuß nach hinten. Und zieht hier weiter. Hoch. Hoch. Schön die Schulterdessen zusammenziehen. Und den vorderen Fuß mit der Ferse fest in den Boden. Haltet ein bisschen durch. Beine noch mal hier drin. Super. Vier. Zwei. Zwei. Wir holen das Fische rein wieder dran. Und bleiben hier. Hier müssen wir noch mehr machen. Der Rücken ist eigentlich so stark. Ihr braucht jetzt eigentlich viel mehr Gewicht. So, unser anderes Bein geht nach hinten. Und weiter geht's. Hoch. Hoch. Machen Sie das Bede von vorne an den Fuß. Die Ferse fest in den Boden. Und dann die Schulterdessen. Hoch. 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 Arme liegen hier auf die Schultern. Haben wir beim Aufwärmen gemacht. So gehen wir da hier. Hoch. Und. Macht jetzt mal da dran. Zieht eure Schulter. Besser geht es mal unten. Und zum nächsten Befug. Hose. Unterziehen. Hier lassen wir die Beine mal ganz raus. Wir werden da etwas schneller. Das heißt, wir kommen hoch. 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 So ziehen die Ellenboden ein bisschen hinter den Körper. Wir gehen nach hinten. Auch noch bis jetzt. Richtig mit Kraft. Mal unten ziehen hier. Mal oben stehen hier. Unterziehen. Hoch. Ziehen. Jedes Mal, wenn ihr nach unten kommt, zieht der Bauchwandel fest dabei. So weit ist es natürlich erst. Mal unten. Und schön die Ellenboden hier unten drücken. Und den Rücken ziehen. Klasse. Noch vier. Drei. Zwei. Und mal hier halten. Bauch fest. Und ziehen. Ziehen. Schön nach hinten. Nicht unten. Kleine Bewegung. Jetzt mal ganz schön an die Arme. Und noch mal in den Rücken. Bewegt eure Schulter besser. Roter. Tief. Tief. Super. Vier. Schulter. Drei. Zwei. Klasse. Höfen. Sehr gut. Wir machen mal alles aus. So jetzt kommt die Übung für die Übung für die Übung. Wie wir eigentlich die Handeln haben wollten. Ihr geht mal auf die Matte. Und wir nehmen uns mal direkt auf den Rücken. Eine wunderbare Übung für die ganze Bauch- und Rückenhüben. Legen wir mal so ein bisschen schräg. Atmen tief durch. Nehmen die Beine nach oben. Und der Arm, der kleine Mantel hat, fliegt weg. In der anderen Hand habt ihr entweder zwei kleine Handzellen. Andere Mantel oder gar nicht so, wie ihr das gerade möchtet. Ihr könnt auch jederzeit was weglegen. So, der Arm geht noch auf. Weitere die Beine auf. Und ihr kommt zur Mitte zurück. Bereit. Da. Alles ist gestreckt. Und ihr versucht, die Mitte schön auf der Matte zu lassen. Fliegt nach. Meine momentane Lieblingsübung. Aber nicht so schön spürt. Morgen, was über morgen. 5 Mal. 8 Mal verschirfen. Wir kommen zum 8. Super. 7. 6. 5. Und ihr könnt euch das wieder auf der Seite. 4. 3. 2. Einer noch. Super. Lösen. Gut durchatmen. Und links mal den Arm ab. Beine, Kopf hoch. Andere. Und die Becken zerstören. Los geht's. 2. Und so. Eine Seite geht noch besser. Also geht es auch wieder rein. Wenn ich mehr gegen die Handzellen helfe, oder nicht wie die Beine das bisschen mehr beugen, das macht das Ganze leichter. Und ein bisschen tief gehen. Erleaning. Und ein bisschen mehr. 5. Erleicht 그리고 1. 1. 2. Erleicht persistence. Der Rad. Und bei den dritten sunken. schön, noch einer und eine Pause klasse da bei der Übung so viel Kompulatur wir müssen besonders hier alles machen wir mit, zweite Runde jetzt will die Hand in die andere Hand achtet nochmal dicht durch Arm weg Arm raus und einmal jede Seite noch 16 Stück, okay das ist definitiv meine bessere Seite noch acht Stück, geschafft ihr acht, sieben schön, die letzten sechs fünf ich passe ja noch vier überwinter, drei, 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 noch durch zwei letzter so bitte wir bekommen ein wunderschönes Klappergefühl Ante und Wechsel schon mal Arm dicht ab Beine gehen nach oben einmal nach 16 sieben super super bleib durch mit dir komm, wir sind noch acht sieben sechs stecken schin simply in den Mund fünf vier klappen sich so weit kommt drei noch zwei Und der letzte. Kommt ja auch keine dritte Runde. Mal trocken. So, wir machen dich mit in der Pause. Wir sind ein bisschen aktiv. Wir nehmen die Gewichte noch mal dazu. Ein bisschen locker. Und so die Arme und die Brust aufschlägen. Auf. Richtig schön jetzt hier. Über die Brustmuskulatur, die so schön warm hier ist. Genau. Ihr könnt euch jetzt wunderbar noch konzentrieren. Die Arme befindet sich von alleine. Und ihr geht ganz schön kurz zusammen. Ihr bleibt euch in eure Brustmuskulatur. Schön da zusammenziehen. Bietet richtig schön nach tief. Vier. Drei. Zwei. So, zieht die Baucharmelbett ein. Wir gehen über den Kopf. Mitte. Öffnen. Rücken. 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 Zieht die Knie mal ein bisschen zu euch an. Und drückt fest. Die Hüfte in die Dumpf und den Rücken in den Boden. Hoch. Keine hohe Knie. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Der Bauch ist warm. Jetzt kann man halten. Jetzt. Zweimal noch. Dann werden wir etwas langsamer. Den Gewein mit rein. So. Wir werden machen. Über den Kopf. Zurück. Öffnen. Rack. Weg. Öffnen. Weg. Öffnen. Weg. Rack. Weg. Sehr schön. Hier schön den Baucharmelbett einziehen. Rücken auf der Wackelbettel. Schön. Wechseln. Fertig. Ich bin schon mit dem Rücken. Versuch mal. Sechs. Lassen. Schön viermal. Lassen. Noch drei. Drei. Letztes Mal. Wir halten noch mal in der Mitte. Treiben die Handeln zusammen. Und nur langsam auseinander. Und zurück. Langsam. Und die schönen Beine. Jetzt zieht man die Hüfte zu weit hoch. Und der Mark kann auch den Kopf hochnehmen. Aufeinander. Und zusammen. Aufeinander. Und zusammen. Das geht noch mal runter für deinen Bauch. Rang. Weg. Rang. Weg. Die letzten vier. Drei. Zwei. Schön. Und wir haben alles absehend. Und kurz durchatmen. Hier weg. Können gerne mal zwischendurch mal einen Schluck trinken. Oder wischen. Sehr schön. So. Nach wie vor könnt ihr eine Handeln nutzen. Wir nutzen nicht. Nur wenn ihr dürft. Wir gehen hier nach oben. Nehmen die andere Hand an den Hüferkopf. Und gehen hier in die Öffnung. Raus. Drang. 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 Die schwierige Variante ist das Gespräch des Bein. Ich kann verraten. Leicht benutzt werden, wenn wir so arbeiten. Also gucken wir, ob ihr die Gesprächse zu verhalten könnt. Fünf. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Einmal das wechseln. Mach's von groß. Andere Seite. Schneller wechseln. Letzte Runde. Noch acht. Sieben. Super. Sechs. Schön. Vier. Drei. Zwei. Und noch ein schneller wechseln. Letzte Runde. Beide Seiten nach sechzen. Und noch acht. Sieben. Halte die Bauchstilchen. Nicht mit den Runden. Vier. Drei. Zwei. Letzte Mal wechseln eure Hände hoch. Für das geht's. Sechs. Und noch ein bisschen. Vier. Drei. Super. Schön sind wir auch heute mit drin. Ganz intensiv im Oberkörper. Sieben. Sechs noch. Komm. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Der letzte. Kannst du mal abheben. Einmal in die Luft. Wir gehen in diese Position und bewegen uns mal hier. So. Sechs. Sechs. Einholen noch. Komm mal den Bauch schön mit drin. Versuch mal hier, wenn man drückt, ganz fest auf die Matte zu kriegen. Sechs. Die letzte. Noch acht. Sieben. Komm schön mit dem Bauch voll drin. Vier. Drei. Zwei. Und wir lösen. Perfekt. So. Einen wenden. Auf die Hände kommen. Auf die Bine. Wir gehen nochmal ganz gezielt an unseren Po. Hoch. Auch hier der Wack kann nochmal zu dichter zunehmen. Und hier die Kniekühne legen. Muss nicht. Nur wenn du wohnst. So. Wir kommen mit dem Bauch nach oben. Und von hier auf gehen wir tief. Hoch. Tief. Hoch. Jetzt merkt ihr euren Bauch schön auch in dieser Hühnung. Schön zu ganz ziehen hier. Weiter wieder mit drin. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Perfekt. Nummer vier. Drei. Zwei. Und wir halten oben. Wir ziehen. Jetzt nur auf den Po achten. Bauchmaul festziehen. Und hier fest den Po. Und hoch. 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 Schließt euer Knie nach oben um die Ferse. Schließt hinten hoch. Und die Schachtel. Vier. Drei. Zwei. Und wir nehmen nochmal den Bauch mit ein. Unten durch. Sechsen. Der Bauch kommt hier schön entspannt. Der ist ganz aktiv. Die letzten acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Letzte Oberfläche. Und wir bleiben hier oben. Noch. Hoch. Hoch. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und mal lösen. Schön. Andere Seite. Fertig machen. Und ich sage jetzt im richtigen hier. Noch eine große Pause. Na. Sechste Stück. Fertig. Durch. Sechs. Durch. Fertig. 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 Auf acht. Gehen raus. Sieben. Sieh durch die Hüfte mit. Schön die Hüfte. Vier. Drei. Zwei. Gebeißen oben. Seine. Auf acht. Sieben. Neck. 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 Gehen. Zwei. Zwei. 5, 2, 1, und du durch, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 2. 7, 8, 9, 6, 5, 4, 3, 2. Und die letzten Runde oben. Auf 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, schön. Dann kannst du uns mal wach ausprobieren. Und dann hinschieben. Kurz mal dehnen. Dann nehmen wir uns noch einmal auf dem Bauch. Aber noch mal kurz zu dem Rücken. Und dann landen wir schon. So, das geht durch. Wandern wir mit dir nach vorne. Wer mag das, wenn man für mich ist, das muss ich. Legt die ganz weit vom Zweck. So, kommt in Karte. Hier in Heizkörlische Flade. Hohes Fest, Hüstenfest. Hünftet die Maturen und zieht die Arme durch. Und haltet hier oben für die lange Runde. Hüstenfest. Versucht die Schultern nicht zurück. Hüstenfest um den Ohren. Schön hoch halten. Bleiben wir von hier. Noch vier. Drei. Drei. Hüstenfest. Und drüten. Ja, seid ihr klar. Kommt. Alle rufen sich hier in den Rücken. Ankommen nochmal hoch. Wir gehen jetzt hier. Hoch. Leg nach. Öffnen. Kommt zurück. Und komm hoch. Öffnen. Weifen. Hoch. Öffnen. Weifen. Hoch. Halsspannung, 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 Hoch, Kopf gleich gerade. Und so. Vier Uhr, Vorn anheben und wieder. Mehr Statt. Verinnern die Arme, bis sie sich hier noch mal die Elbe hochlegen. Vorn hoch, Elbe hoch, vorne hoch. Ihr rottet euch die ganze Zeit in der Luft. Und verändern nur die Bewegung der Arme. Viermal, Quatsch, Hoch. Drei, kurz anheben, Höhen. Drei, kurz, letzter. Halsspannung, Halsspannung, Durchheilbeständezusammenarbeitung, Konflikieren. Drei, rein, lösen. Halsspannung, Halsspannung, Schieb Gärten runter die Schultern. Du drittst gleich nach oben hoch. Und, was macht ihr? Ihr habt die Schaufe entdeckt. Haken, mach jetzt ein bisschen ein bisschen Fehler. Dörnt eurem Rücken jetzt ein bisschen Entspannung, ganz richtig. Diesen muss man ein bisschen in die Lockerung bringen. Sehr schön. Spürt mal in den nächsten zwei Tagen nach. Eure Oberkopf hat auch ganz viel leistet. Ein bisschen Seite, ein bisschen Brustmuskel. Sehr schön. Legt die Arme mal so in den Kopf ab. Vielleicht habt ihr es ja auch schon. Elben fallen lassen und dann locker. Einfach nur niesen. Schön. Dann wandern wir nochmal nach vorne. Legen uns unbedingt von den Rücken ab. Damit wir ein bisschen mehr Platz hier oben haben zum Atmen. Legt die Arme mal bei, dass man eine Art verraten muss hier. Mit eurem Brust ein. Stellt die Füße langsam ab. Schön groß machen, die Oberkörper. Und mit den Beinen so ein bisschen hin und her wackeln. Ja. Das muss sich jetzt richtig schön abgehen bei Ihnen mit dem ganzen Bein. Schön locker lassen. Hier sehen wir auch genau die Seiten wieder. Das heißt, ihr lasst die Knie mal zu einer Seite fallen. Ihr könnt den Kopf mit die anderen Richtung nehmen. Die Arme sind nicht einmal liegen lassen. Und der Magel mit das Oberbein lang nach vorne. Und zieht den ganzen Reiki aus. Noch mal rein. Sehr gut. Und diesmal nochmal das Gefühl, dass ihr was getan habt. Ich führe die Bereiche nach. Und wir sind jetzt zurück. Andere Seite fallen, dass wir das Bein nochmal aufdrücken. Schuhe lang machen. Und auch hier nochmal. Spielt nochmal da. Spielt mal so richtig in eurem Verein, was ihr getan habt. Und jetzt sieht das hinterher nochmal richtig schön ab. Und jetzt? Andere Einheimnis. Und das? Mitte, streck die Beine nach oben aus, plass die Ohrschäcke und dann zwei, drei, drei, vier, kommt nach oben und bitte in den Augenblick noch mal die Brustmuskulatur hier schön weit auseinanderziehen. Versuche ich jetzt mal einige Augen, davon ist es noch ein bisschen weiter nach hinten zu schieben. Macht mal so weit, ihr könnt hier, das war jetzt schön weit aus. Genau, dann geht ihr mal genau in den E-Bereich, wenn ihr nach vorne umdreht, zieht ihr hinten an, so weit raus, den Bruch rein, schön weit nach hinten. Dann machen wir mal in die andere Richtung, weil der Bruch muss noch ganz schön gelitten, ganz schön gearbeitet. Schreit, schreit nochmal, super, nehmt nochmal einmal die Hände nach oben, zieht euch so bei einer Seite und dann können wir einfach sitzen, könnt ihr es auch gerne stehen machen. Und nochmal die andere Seite lang ziehen, schmühen, nie in die Seite. Mitte zurück, tief durchatmen, schmühen, schmühen und locker. Ja, vielen Dank für heute, schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss!